ARD Text im Auftrag von Funk Ich nehm noch was Was? Hattest du nicht mal gesagt, dass der X-22 so schlecht laden würde, wenn du da, wenn die CSGO-Axion crasht? Ja, eigentlich schon Das ist ja katastrophal Muss ich andere Programme halt anmachen Was machst du da noch so an? Was hast du da noch so für Programme? Den Hells-Klamm-Aim-Punch Aim-Punch? Okay Ja Okay Damit alle nen Aim-Punch kriegen außer mir Der Anti-Aim-Punch auch genannt Oh nice Klingt gut, klingt gut Ist auch nicht auffällig oder so, ne? Also wenn nur du derjenige bist, der Aim-Punch vergibt Auch der Eagle-Spot ist ziemlich stark Das kann auch so ne Warm-Up-High-Runde sein Das gibt's auch ganz oft Siehste ja hier, der Moon-A-7 ist auch ganz stark Ja, wie gesagt, bei Warm-Up würd ich mich nie einschüchtern lassen Da könnt ihr immer ein bisschen Glück haben oder so Alles nur so ein bisschen Aim-Aim, ein bisschen Spaß haben und so Da, Double-Kill mit der Hafe Wow, der Server hat bei mir gecrashed Bei mir auch Tatsächlich? Wow, jetzt geht's wieder Jetzt geht's wieder F-Waffe präsentieren Drei Mal auf Holz Decoy Sehr gut Direkt aggressiv, Maya? Die könnten... War nur ne Decoy Decoy ist auf B Boah, ich hab die ganze Zeit dieses Tötete mit AK jetzt hier drin stehen Ne, B mindestens Wow! Schnell gekillt Drei Mal auf B2 Falsche Mitte Falsche Mitte Falsche Mitte Falsche Mitte Falsche Mitte Falsche Mitte gesagt Ja, ja Boah Ich bleib einfach im Switch hängen Guck mal Falsche Mitte waren zwei gerade Auf B drauf Zwei Mann Da sprayen Leute die Mitte grad hoch Orange Box einer Ja Ja, zwei B Bombe B Bombe B? Ok Ja Und ich B Oh fuck Einer Low Einer Grill Hat jemand ne Waffe gekauft? Nein Ne Scheiß, ich hab noch einen Schuss Einer im Schlitz Hier liegt nur ne Waffe Ja Einer links Richtung Banane Ja Drauf jetzt Ja doch, ok Ich kann nicht drauf Scheiße Zwei Banane, Einer Y Einer Y Zwei Banane, Einer Y Ja Müssen wir da rauf Gesser noch nie, ne Einer Ich hatte die ganze Zeit diesen Diese tötete sie mit Glock und so was Problem ist, sie hat direkt einen Headshot Die ganze Zeit da stehen, ja Ja, das ist ein Rundenbutton der geht weg Ok Nach einer Runde Ja, jetzt hab ich den nicht mehr Das ist echt nirrig Hm, ok Egal Hart bleiben Schaffen das Ich hab grad nen Headshot gekriegt, obwohl er nicht mal bei in meine Richtung geguckt hat, ne Danke, Battlefield 4 Oh Gott Oh Gott Oh Shit Ja, ich glaub das wird ein Algo werden, oder? Ja Ich wird voll weg Geowned Halt immer noch ein bisschen da, Peter Sag an Flash B Ja, ich hör die im Haus Entschuldigung Gerade Banane sind welche Ja, B mindestens einer Bitte kommen die aber auch hoch Hab einen B geholt Ja, Meta Noch einer B Die haben gesmoked 3 B 3 B Bombe B Wow Schön GB rüber, Jockel Komm, Flitz Onspot, Onspot Onspot, Hit Kommt Ruins Einer kommt noch von Bananen Kommt Ruins Wow Ruins steht einer drin, Jockel und einer Onspot Leise Die haben noch nicht geplandet Da war Ja Das war ein Magazin, ne? Ja Geh Ruins einfach rein Geht da glaub ich mal irgendwo Ah, ärgerlich, ey Kacke Ich hätt vielleicht doch nicht an der E sterben sollen Waren wir jetzt in P-Runde oder immer noch Eko? Eko Wir waren immer an Eko Wir hätten jetzt zum Beispiel kaufen können, wenn wir es zum Beispiel geschafft hätten, eine Bombe zu defusen oder so Ausrüstung kaufen oder nicht? Ne, erstmal nur eine Waffe Genau, eine CC Pole Ich hab erstmal nur Russen gekauft, weil ich halt das Geld dafür hab Die Kills Die Kills Glaub die kommen hier hoch Bitte ist was? Ja Ja Bitte komm Zwei 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 lang Ja Einer vormundlich Bibi oder so Gewässer Du Et Terroristen gewinnen. 1.000 haben oder 1.000 nicht haben, ne? Eben. Ist halt schade, dass du kein Geld bekommst. Doch, hab ich. Ne? 2.000 haben oder 2.000 haben, ne? Ja, eine A ist noch Mitte, ich rute hier aber schon mal. Ja, B gehen sie jetzt nach vorne, Bombe gesichtet bei B. Mitte Steps. Was? Ich komme hier Richtung B. Boah, ich war golden, ne? 2A. Einer geht Richtung Haus. Einer kommt von hinten, ne? Ich komme erst mal von hinten. Die könnten auf A gehen, die könnten auf A gehen. B ist noch safe, B ist noch safe, ja. A drauf. Blenden. Blenden auf A. Das ist auf jeden, Peter. Komm, die Flasche. Einer war wahrscheinlich on-spot. Ah, einer Sand. Was ist Sand? Sand, 2 Sand, 2 Sand. Wow. Sandkasten. Peter, hast du mir gerade Flasches Gesicht geworfen? Nein, nein. Nein, nein, nein. Die kamen von on-spot. Die kamen von on-spot? Echt? Wow. Ich weiß es nicht, ich spüre es auf meiner Mutter. Na klar. Gott, ich hasse Echos. Hast du blind, Apper? Gettet du blind, Upper? Hacks. Gettet du blind, Upper? Hacks. könnte B was kommen. Mitte waren zwei. Wir haben gerade einen Mitte ein entfernt. Einer ist noch Mitte, definitiv. Ja, B kommt was. A war down. B war einer down. Einer hat 92. Wann ist der? Ne, der andere hat nur noch acht Leben. Gibt Banane? Oder B Treppe? T Treppe? Guck, hier liegt noch eine Awe. Da ist noch einer. T Treppe ist noch einer. Da liegt die Bombe. Ich guck, Balkon hier. Ist da wirklich T Treppe? Ja, T Treppe liegt die Bombe gerade. Da ist noch einer. T Treppe ist noch einer. Wo war der? T Treppe. Jetzt habe ich keine AK mitnehmen können. Nein. Ich kann dir eine geben. Ja, gerne. Ich kann aber keine M4 kaufen. Ist du okay für dich? Ja, ja. War ja sehr, sehr, sehr gute Eko-Runde. Ja. Ja, die hat gut gesessen. Der ist ohne Rüstung rein und trotzdem alles umgebracht. Wow. Was zum Teufel war das, Mario? Bin hingeflieben. Jetzt habe ich gesmoked. Das war, glaube ich, nicht der Plan. Nein, nein. Das war super gewesen. Ich konnte nur flashen. Witter auf jeden Fall. Einiges. Warte, warte. Soll ich smocken? Nein, nein. Warte noch. Flaschbine. Grenade aus. Smock. Flaschbine. Wir sind durch, ne? Ja, die sind da in deinem Wagen. Ja, er gibt mir einen Headshot. Im Ernst? Wirklich, geh mal durch die Smock durch. Ja. Bombe. Ich komme rüber. Oh, Doppelsand hier zwei. Ey, wir gehen durch Banane jetzt, glaube ich. Ja, down B. Der andere ist zurückgegangen, Banane. Ja, ich gehe durch Fuchsbar. Ich komme wieder mit. Oh, der schaut zwischendurch vorbei. Da, da sind welche B. Zwei noch B mindestens. Bitte clear. Oh. Banane. Steht hier rechts um der Ecke. Grill. Wir sind Banane. Bombe down. Banane. Spau wieder. Bombe down, Banane. Einer kommt ruh ins rein. Ich glaube, der ist rechts. Ich glaube, der ist rechts. Ja, ich gucke links. Du guckst rechts. Ja, Bombe is down. Rechts in der Ecke, direkt hier hinter? Ja, 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 ja. Genau, da wird er vermutlich sein. Und eine HE. Ja, los. Dann ist er links. Ja, klar. Links ist der Einer. Links ist der Einer. Einer war auf dem Weg. Nachladen. Ich auch. Wow. Rechts jetzt. Nice. Hab ich nicht gesehen, leider. What the fuck. Ich hab den hier durch die Wand einen Headshot gegeben. Gute Waffe. Gutes AIM. Sei kein Loser. Kauf den Fuser, Peter. Ah, fuck. Run. Oh, da kommt einiges. Soll ich schon mal verschieben? Ja, ganz verschieben. Ja, okay. Bombe ist auch A. Bombe down, bombe down. Mitte oben. CT-Bogen durch. CT-Bogen durch, Jockel. Ja. Ne, den CT nicht. Soll ich lieber hausgucken oder? Du bist schon vorbeilaufen da. Nein, nein, nicht aus CT-Bogen. Guck, guck vom Balkon. Oh, da ist die Aave. Nice. Down. Aave down. Merkt ihr, wo die Aave liegt, Peter? Die kannst du nicht mitnehmen. Bombe liegt, Mitte oben, down. Immer noch? Geh ins Haus, dann bitte. Geh Hausmeister oder so. Ich hab die Aave, okay. Ja. Let's down. Da hab ich aber keine Deckung von hinten, wenn ich Hausmeister gehe, ne? Ich leg hinten ab. Okay. Hast du gestappt, Jockel? Ich hab kurz gestappt, ja. War die Bombe hier nicht irgendwo downed? Ja. Ja, Bombe liegt immer noch Mitte. Da kommt drin, ja. Aber stell dich nicht dann, stell dich an die Ecke, wo das Loch ist. Und aim. Ganz ab. Ja, genau. Da, wo du ihn geguckt hast. Was ist denn Aave? Ich sehe nichts mit, ne? Der Mitte? Nee. Ich glaub, der Staple. Ja, wir fischen wir, denk ich mal. Ja, auf jeden Fall nicht offen. Wer will irgendwas fischen? Wir müssen jetzt nicht unbedingt eine Waffe verlieren. Ich hab kein Problem damit zu warten. Einfach irgendwo chillen. Ja. Geht auch so, wa? Ja. Wolltest du dir legen, Mayo? Ähm, nur wenn du ne Schall gedämpft hast? Nee, hab ich nicht. Okay, denn nicht. Ich hab Glück, könnte. Ja. Ich glaub schon. Wir läuft uns wieder, ne? Wieder im Game. Gleich kein Loser, Peter? What going in? Auf die Füße. Ah, er ist gekauft, nice! Was? Stopf, falsche Mitte oder B-Rush. Oh, nice Team Flash. Banane ist komplett leer. Oh, okay. Grenade out! Grenade! Grenade out! Eure bei in Push. Reiber im Push! Ganz verschieden, Peter. Jep. Siehst du da was, Jockel? Pik mal? Ne. Nee, hab nix gesehen. Boah, er kommt hoch. Komm, einer. Geht jetzt Teppichgang. Mitten, einer hoch. Teppichgang. Rausgesprungen. Boah, jetzt. Schön, Klubser. Action. Onspot irgendwo. Onspot und Graveyard. Oder Stand vielleicht auch. Das Mildor gleich kommt in dein Visier. 2 Onspot, Onspot. Links in der Kiste. Nein. Oh, das war nicht gut. Ich wollte mir den No-Scope geben. Ja. Puh, die haben ne Menge Geld grad verdient. Also der eine Typ da zumindest. Messer-Kills geben übrigens ganz viel extra Geld. Ah, okay. War das so viel? Oder 900, 800, 700? Ich glaube, 100, 100 oder so. Ich weiß auch nicht genau. Ich würde jetzt mal tippen. Die gehen weiterhin A. Das scheint sich für die zu lohnen. Ja, Jokl, wenn du natürlich nicht auf Holzmesser hast. Wir haben da nichts hier. Banane ist ein bisschen Action. Hinter. Ich bin wieder ein Loser, sehe ich gerade. Oh, ich bin echt. Schmuck. 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 Ich bin voll. Ich spraining gerade so in das Haus hoch. Laying down smoke. Banane geht party. Da noch keiner durch. Noch klein gesichtet. Ja, da ist einer zumindest hinten in der Ecke. Einer kommt hier aus. Ich werde euch was verschieben. Der ist Darkroom drin. Okay, der andere ist auch angeschossen. Obwohl flat. Nein, ich komme mit Sand. Ich komme mit Sand. Wie sieht, baue ich den Lager aus? Okay, dann verschiebe ich mich hier in der dunklen Ecke. Danke. Hat mich einer erwartet. Dort läuft der Short Richtung Storm. Kommt jetzt vielleicht dort. Ach, scheiße. Lang. Vielleicht auch sehr oder? So weit lang. Ich bin hier auf A. Der ist on-spot jetzt. On-spot. On-spot, da haben wir die Bombe gelegt. Neun Sekunden. Scheiße, die Dings. Oh! 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 Der hat aber nicht... Oh! Oh! Oh mein Gott! Oh mein, Alter! Oh mein Gott! Wir haben eine Awe aber, ne? Kann jemand legen für mich? Ich hatte gerade zu viel Adrenalin im Körper. Ja, ich kann legen für mich. Ich hab gerade nicht an die Awe gelegt. Ach, die Scheiße! Na, jo! Pass auf, die haben eine Awe. Wir haben ihn nicht näher. Junk, räum. Richtig, das ist geil, Majo. Boah, war das geil. Oh, er ist schon wieder einer Haus. Hier gibt's Hausmeister. Alter, verschiebt. Jetzt kommt die Smoke B, oder? Kommt noch einer Haus. Ich bin Hausmeister, Daniel. Was tu denn, du Dings? Hausmeister ist einer. Einer down. Ist aber, glaub ich, nicht der einzige gewesen. Wow, die ist wieder rausgekommen und hab mich voll erwischt. Sorry, 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 sorry. Was war mein Fehler da? Da ist noch einer, auch down. Boah, Peter. Hausmeister down. Keine Bombe gespottet. Doch, Bombe down. Ah, stimmt. Perfekt. Gut, ich gehe dir so. Nichts zu sehen. Nur Prefile. War nicht die A, aber ne? Na, die wird er wahrscheinlich wieder safen. Geht aber nicht so offen, sie bleibt bei der Bombe. Oder versuch, ihn zu snacken, nachdem die Zeit abgelaufen ist. Er rennt durchs Haus. Geht raus. Nice. Ey, ich verstehe nicht, ne? Hast du gesehen, wie der weggefetzt ist? Ja. Ich verstehe nicht. Ich kriege jedes Mal einen Heller, ne? Jedes Mal ein Brett, wenn ich da oben bin, ey. Dann geh dann, dann geh defensiv. Dann geh nicht offensichtlich, wenn du ein Brett bekommst. Ja, dann musst du so pre-schotten. Weißt du, einmal so, einmal um die Ecke und tsch, einmal voll rein. Ja, der ist durch die Smoke gerannt, ne? Ja, wär ganz geil. Habt ihr. Danke. Weißt du, einmal so, ja. Ja, ist ja durch die Smoke gekommen, damit hab ich nicht gerechnet. Okay, einfach, wenn du um die Ecke gehst, einfach immer pre-schotten, so wie ich gerade gemacht hab, wenn du das zugeguckt hast. Bitte, was? Oh, mein, die Smoke war ja richtig scheiße geworden. Boah, was hat die Ecke gesmacht? What the fuck, ich wurde durch die Smoke weggesprayt. Ich glaub, die gehen Mitte hoch. Äh, ganz verschieden. Jetzt Smoke, CT. Falsche Mitte, so einiges. Fehl Flash. Komm, Mitte, glaub ich, hoch gleich. Jockel, komm mal bitte Hausmeister. Ah, ja. Ich glaub, ich hab bei dem Go ausgehört. Bombe Hausdauern. AWP Mitte. Hat mich erwischt. Kommt short, einer. AWP kommt short. Bombe wieder Hausdauern, Jockel. Äh, mein Mayo. Ja, let's come. Warte, warte, bis Mayo da ist, Jockel. Die wissen jetzt, wo du bist, ne, Jockel. Pass auf, die eine Nase. Jockel steht im Haus, oder? Ja. Steps. Ah. Kommt raus. Ist es? Er plättet. Also links. Nein. Zu spät gesehen. Hat er schnell reagiert. Ey, der rett wieder um die Ecke und gibt mir ein Brett einfach, ne? Das war schon wieder der gleiche, ey. Ich will mir von der Farmers holen. Oh, Dito. Meine Farmers holen sind eigentlich immer die erfolgreichsten. Ja, irgendwie. Ja, irgendwie. Sind wir Russinnen oder sind wir so ein kleines Erachter? Geh mal durch, Jockel. Geh mal durchs Haus. Wow, Awe. Bflash, B noch ne Flash. Die Awe kommt vor. Zurück. B, H, E. B, ist da jemand, Jockel? Ne, bisher nicht. Wir haben nach vorne die Smog, Twego. Wir haben versucht, um gescheitert. Flashes. Einer kann mal zu viel verschieben. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Das ist bisher auch clear. Boah, die HE, ne? Die Smog noch glatt nochmal, die Schweine. Ich glaub, die Awe ist da. Dann durch. Sie kommen gleich. B, Bombe ist auf B. Hier kommt von hinten, Banane. Onspot, Onspot, Onspot. Geht Y. Boah, den haben wir totgerusht. Wo ist die AWP? Warte, das hier, Carmen. Can someone drop me, please? Weapon? Ja, kann ich machen. Kann ich machen. Bitte sehr, Gloomcell. Dankeschön. Ich hätt auch gerne die AK genommen, ne? Bitte, 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 ja, ich weiß. Ich hätt die auch gerne genommen. Wehrrunde bei mir jetzt. Ja, ja, okay. Du verstehst eigentlich, wo es geht. Ja, wenn ich hinter dir bin, weiß ich das nicht so gerne. Vielleicht ich da immer so ein bisschen Angst habe. Aus. Wieder Mayo. Oh, der hat nur noch eine Deco geworfen. Noch mehr Haus, noch mehr Haus, noch mehr Haus. Kannst auf jeden Fall schieben. Kannst auf jeden Fall schieben. Ah, meinst, sorry. Warte, noch kurz. Der war nach. Ah, aus. Letzter Haus. Teppich, das ist ja. Sicher? Ja. Ich glaube Darkroom ist der. Der Teppich. Neco-Runde haben wir gemacht. Und dann verliebende vernünftige Waffe. Nur Echo. Ich kauf mir nochmal die Farmers. Zeig dir die Waffe. Aber aus irgendwelchen Gründen, ne? Keine CZ mehr im Inventar dran. Äh, Jochel. Äh, schon gut. Rechner? Hast die vielleicht, ähm, verkauft oder so? Peter, du hast eine UMP. Willst du denn die richtige Waffe haben? Ja, ich will die nicht wegwerfen. Okay. Maja, wenn du willst, dass ich die Smoke am Anfang nicht dürfe muss, muss ich eigentlich sagen. Ja, das ist gut eigentlich so. Lower P, ne? Fitter. Einer durch. Versteht. Ah, komm zurück, komm zurück. Ich decke dich. Zu deinem Spray. T-Treppe. Triple kill. Ja, hau es noch ein. Hausmeister. Wow. Wow, drei Leute Haus. Drei Leute Haus. Drei Leute Teppichgang. Wo war der? Oben noch, Hausmeister noch. Ne, nicht Hausmeister, aber das ist der Teppichgang, sorry. Das ist der Teppich. Hey, klumpster. Triple kill. Muna 7 mit den meisten Eliminierungen. Hat er eine richtige Waffe? Ah, geil, vergiss es. Äh, ich kann nur legen. Peter. Äh, ich kann mir auch eine kaufen, also so ist es nicht. In der letzten Runde von daher. Ah, okay. Also wenn wir die Runde verlieren, bin ich fucked, by the way. Ich hab grad so circa siebeneinhalbtausend Dollolololos ausgegeben. Triple kill, ja. Triple kill. Äh. Daniel, ich sag der Redakt mal so, du hast mich denied. Ja, im Endeffekt war es denied. Da kommt wer schon gemacht, glaube ich. Da war auf jeden Fall einer. Really? Der hat ein paar Hits bekommen. 640 in einem, gebe ich denn. Mit einer Aabe. Wow, der hat eine Läge. Ja, ich glaub der ist ein bisschen mad, ey. Ja, Junge. Wir kommen gleich Mitte hoch. Hier Darkroom rein. Guck ein bisschen zur Wand. Und wenn du einen vorbeigehen siehst, dann erst auf den 10. Daniel, du kannst schon so ein bisschen gucken, dass du so ein bisschen siehst auf jeden Fall, wenn jemand vorbeiläuft. Dann sehen sie deine Waffe. Ich habe eine Ahnung, zwei, viele Steps. Bei mindestens. Auf dem Auto. Einer ist vor. Wow, er hat mir direkt den Headshot gegeben, der Nege. 3B, also B. Oh, der gibt mir halt den Nege im laufenden Kopfschuss. Lucky Shot, ne? Oh. Oh, wow. Wow, Alter, mich hat er auch noch durch den Smoke erwischt, ne? Muss rechts gewesen sein, ja, da. Oh, ja, okay. Spray, spray, spray. Oh. Ey, der hat mich halt mit der Aabe durch den Smoke getroffen, ne? Mit dem Fuß oder so. Gut, ja. Oh, 7, 8. Nicht so schön. Ich kann ja nicht mehr kaufen, ne? Die CZ. Die fehlt 250. In der Ausrüstung. Warum? Hier, Peter, das tauschen. Tut mal, geh. Was hat die Stole? Ja, die ist ja hübsch. Nimm dich neben mir auch, fällt mir jetzt gerade ein. Achso, ja, nice. Oh, Jockel, der Hühnchen schlechter. Das ist eigentlich mit unserem Bananenrasch geworden an der Anfangsrunde. Ja, ne, haben wir nicht gesagt, aber ich dachte, das ist Standard. Ja, drücken wir doch mal direkt nicht verwendet, ey. Mitte kommt vor, Mitte kommt vor. Ja, komm, Mitte. Einer sollte da bleiben und die Bombe sollte eine A verschieben, ne? Okay, ich glaube, hier. Okay, der hat mich gekillt. Wow, das war gut. Im Rennen. Hier. Jep. Onspot oder? Der letzte ist CT. Daniel schleicht ihm sneaky hinterher. I'm on the hunt, I'm after you. Dog in the city. Irgendwo ist er hier noch, CT? Bibi oder Bogen? Alter, Mario hat mir echt den Arsch gerettet, ey. Mario, ich habe gehört, du bist gerade on fire. Richtig, der Badass. Mario, nice cheat. Kam hier einer von euch auf CZ-Prop? Nee, nee, Mario. Das hat nicht gesagt. Ja, kann ich sogar. Ich habe schon hier liegt eine, hier liegt eine. Oh, wo ist hier? Hier, hier, hier. Hast du jetzt ehrlich hier am Busch versteckt? Ja, das war keine Absicht, entschuldige. Ja, 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 würde ich auch sagen, Peter. Ja, okay. Boah. Drei Leute hier, drei Leute, war nah nöt. Drei Leute hier, drei Leute, war nah nöt. Dann, in der Mitte ist einer. Oh Gott, wo ist das? Oh Gott. Plumse, wie sieht das aus? Ja, ich habe gerade Steps gehört hier, aber ich weiß nicht genau, wo. Biblio, wenn überhaupt. Biblio, einer. Down. Ach. Balkong da. Löcher. Löcher. Down. On one, Leute. Einfach blenden, Peter. Dabei. Juhu. Geht in den Bogen. Der kommt über Action vielleicht. Hinter links. Wo klumpsel Gott ist. Aber nee, gut, der ist auch rechts. Biblio. Schön, Peter. Juhu. Peter, ist eine richtige Maschine geworden. Ich krieg dich. Ja, wieso? Besser als Jockel. Ja, stimmt. Gerade in dieser Runde, glaube ich, geworden. Schon wieder besser als Jockel. Guck mal auf. Ich muss dieses Mal ein bisschen passiver sein. Ich habe gerade kacke geworden. Ich habe keine Lust. Wollen wir mal falsche Mitte irgendwie picken? Dann rein lassen wir jetzt irgendwo nochmal Picks suchen. In der Mitte gehen sie aber gut vor, ey. Boah. Bananen ist durch. Down. Boah, die Feuchtel, ey. Was stimmt das? Alter, wie viele sind denn da mit dem Ecken hier am Arsch? Oh, fickt euch doch alle, ey. Nice. Jawoll. Ja, komm schon, die Gmb. Irgendeiner versteckt sich hier noch. Der Letzte. Los, plante. Du weißt halt nicht, Peter. Er wird einen Exit Frack suchen. Die Waffe liegt eh keine rum. Ich stehe hier bei den Runes, ne? An der einen Posey. Läuft gerade ein Huhn an mir vorbei, ne? Ich habe mich so erschrocken. Der Exit dann durch Bananen, ne? Ja, er geht auf jeden Fall. Ey, der ist durch. Ruins, Ruins ist durch. Steht an der Bombe. Der ist nicht Ruins durch. Hä? Hä? Nein. Natürlich. War da doch kein Huhn? Kann das sein? Wow. Alter, Klumpsel, ey. Klumpsel, du bist schon ein... Nein, du bist für uns gedeckt, ey. Du bist schon ein Kackenhoop, Klumpsel. Ja, weiß ich nicht. Ey, Klumpsel, dafür droppst du mir. Mit dir bin ich gestorben. Du dropp in die AK. Boah, Alter, ey. Drop me in your car. Vielleicht war es doch kein Huhn. Das war ein taktisches Hühnchen. Das weiß ich ganz vermogen. Throw me the smoke. I am throw with a grenade. War noch... Nein, noch gesmoked. War noch gesmoked. Wow. Und gibt mir direkt einen Headshot. Nicht schlecht. Bin geflashed, Banane. Nochmal. Die haben Echo, ne? Nur so nebenbei. Jeder ist ja gerade durch eine M4 umgefallen. Ja, bin ich auch. Einmal Plinge. Mach mal, dann mal weg. Smoke, Grenade! Ich kriegst ihn von Banane aus. Flutbang! Nein. Die haben keine Echo. Die haben M4. Ja. Brauch ich mir jetzt. Einer war lang. Mit M4. Eine Awe war schon Action. Die ist jetzt tot. Der ist jetzt einer Sand oder Graveyard. Sand, aber eher. Richtig. Ich muss das über B zu gehen. Boah, ich glaub der war Mitte. Einer Mitte da noch. Ja, der ist bei Nahen gegangen. Geht über Lang. Wir können über Lang auf B gehen. One spot. Der B geht nicht mehr, oder? Jockel. Ja. Danke. One spot. Go, go, go. Bumbling. Let's, über 10, die da Mitte kommen. I'm setting the bomb. Bomb has been quiet. Hier, CT-Bogen. Bring hinter dir auf den Pfosten. Nicht notwendig, jetzt komm. Wenn du pehlen willst, jetzt plumpel. Nice. Schön. Awe, dude. Die Awe hat sich bestimmt aufgeregt. Ich bin da so rausgegangen, so schleich, schleich, schleich. Hab die Awe umgebracht, bin instant danach gestorben. Ja, das war echt witzig. Ich dachte bestimmt, also, ey, ich dachte, du deckst mich. Ey, wow, wir sind übrigens am fühlen. Das ist ja mega gut, ey. Wow. Ja. Wir gefühlt anders, oder was? Ja, irgendwie schon. Also vor allem, weil wir Terror spielen. Das ist immer so eine eigenartige Sache. Oh, die Snipes. Shit. René, du? Oh, lass A gehen. Lass B. Na, dann mach schnell A gehen, ne? Schleich, schleich, tepp ich. Oh, danke. Hab kacke gebaut. Bei sind B, oder was? Einfach drauf, Jockel. Bei B. Einer Banane. Ach, schade. Banane, komm, wieder hoch jetzt. Na, die Awe, die zwei. Die Awe gepickt. Um das T-Treppe steht die Awe fast auf. Nein, einer ist noch in der Mitte. Hat einen Hit. Kommt Action. Hat AWP gepickt. AWP nicht. Nicht, nicht. Wird defensiv. Auf Zeit. Schön, der geht dabei. Achte, den Ninja defuse. Die sind durch. Oh, leck mich doch. Einer ist durch. Einer könnte Sandkasten sein. Ey, Sandkasten ist noch feier. Lacken, easy. Zeit. Was, Zeit? Ach, da ist er doch. Sauber, der hat keinen Kit. Keinen Kit. Selbst mit Kit wäre der Ding dauernd gewesen. Komm schon, stirb. Hat den Sack zugemacht, ey. Okay. Ja, okay. Ja, das war schon. Ich konnte die Panik sehen, übrigens. Na, die Mausgänge. Ja. Und kurz schmecken, quasi. Die waren schon nicht so kontrolliert. Kann man sozusagen. Hinter dir? Kann mir einer eine CZ legen? Kann ich wieder machen. Ja, ich kaufe nur Diegel. Schon okay. Was? Okay. Oh Gott. Eingeschnappte Klumpsel. Ja. Ich nehme an die Bombe nicht mit gerade. Oh. Wir dürfen eigentlich kein Geld haben. Oh, B. Einer Banane. Oh, zieht sich aber zurück. Hat nur gepickt. Leck mich. Eventuell ist einer Darkroom. Ich weiß nicht, was ich da kurz aufblinken gesehen habe. Das ist beim Baum. Die Darkroom frei. Boah, Ego. Ich wurde den Arf gerettet, ne? Weil ich in dem Moment gehe high. Das ist ja nicht mehr schon komm. Housemaster clear. Einer sandt. Fuck. Boah, ich krieg direkt wieder instant in Heddy, ne? Einer sandt, Jokko. Pass bitte auf. Einer lang. Komm auf B. Go, go, go. Auf B, 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 B. Go, 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 go. Ist leer. Jokko, du kannst auch Exit... Ich... Achso, ich hab die Bombe ja gar nicht mehr. Warum bin ich B? Ja, dann renn jetzt. Mario geht jetzt auf die Position. Mario deckt Bruins. Guck, du zetier. So ein Spot. Eins, fahrt euch mal bei uns. Oh, shit. Er ist schon ein Retter, ne? Ja, weil halt... Jokko hat sich nicht viel bewegt, ne? Hat das schon gut gemacht. Ich bin doof in die Smoke reingelaufen. Echo. 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 Weshalb hatten die jetzt keine Echo? Weil die keine Echo brauchen, weil die so oft Runden verlieren. Umso öfter die Runden verlieren, umso mehr Blue Shell Effect kriegen die. Loser Bonus halt, ne? Ja, das ist wie bei Mario Kart. Dann... Der Letzte kriegt dann... Was? Mal double neben Mitte und dann einfach hoch. Like Swag Lords. Mitte und hoch, okay. Ja. Aber naden. Ich smoke die rechte Seite, dann gehen wir links durch. Gut. Lenke Seite ist einer. Ja, genau. Drück mir doch mal 97. Fuck, ein Flash. Da haben sie gut genaded. Hat Low HP. 7 HP. War noch einer, ne? Ja, noch einer. Von Mitte kommt noch einer. Von Mitte kommt noch einer. Jockel. Ja, ich wollte gerade umdrehen. Der eine mit mir Nate. Mit der Nate, ne? Boah, der hat mir, weiß ich nicht, 97 AP gezogen. Ja, mich hat er auch total durchgebumst. Schön ins Gesicht gefallen. Fabian, lasst mal gucken, ob wir irgendwo einen Pick kriegen. Jo, ich gehe auspicken. Wie, schon die ganze Zeit. Jetzt nicht zu offensichtlich gehen. Oh, flasht. Oh, flasht. Oh, flasht. Darkroom, einer, glaube ich. Ne, Darkroom habe ich geguckt. Ghostbang! Housemaster kill. Action oder so. Ich gehe Hausmeister gucken. Ich habe, glaube ich, lange gesmoked. Kann aber ein Schnitt sein. Weiß ich nicht genau. Geh mal Hausmeister gesmoked. Geh mal Teppich, okay? Sobald den Hund knurren, hörst du, geht zurück. Okay, wir müssen langsam was machen. 30 Sekunden. Ja, komm. Komm auf Adern. Wo? Der Einer ist, glaube ich, great, ja. Einer ist lang. Entschuldigung. Go, go, raus. Ihr müsst bestecken, ihr müsst bestecken. Blend. Lange hat mich gekillt. Danke, Mario. Aus. Der Defuse. Oder Defuse an, zumindest. Ja, der Defuse. Der Defuse. Der Defuse. Fuck, ey. Scheiße. War leid zu weit weg. Ja, und ich war dummerweise auch zu weit weg. Das hättest grad Action bleiben müssen, am besten. Also defensiv da. Vor, äh. Vor ein Keeper. Mario, kannst du legen? Äh, ja, kann ich. Liegt. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine AWP, ne? Oh nein, habe ich fischte, denkst. Ich würde sagen, B aufbauen. Ganz ehrlich. Ah, Flash B und dann nach vorne gekommen. In den letzten Fall hat er euch aber noch nicht gesehen. Nee, also mich auf jeden Fall nicht. Keine Smoke, mein Klumsik. Ich hab noch. Wo war der Ruins? Ruins. Ich plante, ich plante, ich plante, decken. Ey! Oh! Ja. Ja. Der war. Der ist Bananas gekommen, irgendwie. Scheiße. Was hält die AK? Lass uns jetzt gleich zwei vernünftige Echos machen und dann haben wir richtig Geld und dann schauen wir mal. Jetzt Echo? Ja, ja, jetzt Echo. Ich könnte kaufen für euch. Nee, nee. Mach ruhig lieber eine Echo. Falls wir die Runde verlieren, haben wir gleich für zwei Runden Geld. Okay. So, das Hausmeister rauspicken ist eigentlich ganz gut mit denen. Also die kommen dann aber auch nicht so ganz klar. Also ich nehme nochmal das Haus. Also kriege dann sicherlich nochmal ein paar Picks. Könnt ihr die Bombe mitnehmen? Ja. Ich bin throwing smoke. Throw in a floodbank. Ich bin throwing a floodbank. 2 CT Wir gucken jetzt wieder Soll ich rüberkommen? Warte noch Einascht Action Einer Balkon Fuck, einer ist lang Ja, wir müssen jetzt legen, wa? Guck mal Nein Das ist pre-fire Nicht so aggressiv, Peter Ruhig hinterm Dildo Und hoch gucken Ja, das reicht schon Okay Ganz nochmal kurz Action Und dann wieder zurück auf die Position Ja, oben Hausgrisse, glaube ich Lauf, Peter Messer in die Hand und lauf um dein Leben Run, Pete, run Run, Pete, run Schade Ich habe mal die Waffe weggeschossen Bong Nee, ich glaube, wenn du so ein Schrappell im Fett Das ist Majoke, hinterm die Ecke gibt ein Headshot Und die Waffe fliegt so 500 Meter weit entfernt Irgendwo ist nichts Ja, das war deswegen hat er Nein gerufen Ja, das sah so geil aus Nein Nein Ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine traumhafte Echo In der Tat Oh Gott, schieß ich da die M4 weg, ne? Habe ich den, ich bin blind, habe ich den? Nein Nee, nee, haste nicht, haste nicht Waren die Echo? Glauben nicht Nee, keine Echo Ich habe Mitte noch Wow Mitte in der AWP, low HP Yo Genau Auf B gehen, zwei down Ja, auf B Einer ist, einer ist in der Mitte Ihr habt Vorteil Smoke Passt auf den Ninja auf Erstmal in die Ecken gucken Deck mich, Rins, deck mich, Rins Okay AWP, CT Nicht zeigen, Jopps Könnte ich in sich bleiben Siehst du, Pedderast hat Hühnchen, pass auf, dass ihr eigentlich verarscht Wie kann der so ein Haar durch die Lampen gehen, Alter? Da kommt ja einer, Peter Wir haben die Ecke schießt Jös Jöööööön Haben wir mit Pita? Deckey Peter, MVP Richtig echt ehrenlose Pixel hab ich grade gemacht ey AH Ehrlich So dann Wie gente kleine Spinne, hab ich in den Rücken geschossen Ich hab da einen durch die Smoke erwischt, ne? Haben die Echo? Vielleicht, ja Ja, ne Scout ist in der Mitte Wenn ich mich nicht verhört habe Durch die Flash Oh fuck, son Komm, ey Ich hab mich da verheirrt Maufen B Bin übrigens schon auf A drauf, ne? Da ist einer Action Du bist auf A drauf? Geh über Teppich, Mario, das ist safe Ich glaub, der ist Laube Der ist oben Wow Oben im Haus Wow, ich noob Der ist jetzt Sand mit AK Boah Links vom Dildo War schon richtig, wo du hingeguckt hast, Peter Ja, aber ich will euch eigentlich nicht mit dir ranlegen Du bist besser, Peter Lang einer dauernd Nicht mehr Komm schon mal Hier wär's ja Du bist besser, Peter Ist sie gar nicht Einer Library Nicht mehr Und noch Einer CT-Bogen CT-Bogen bleiben Schön Genau da am MöchING Gott Holy shit, Jockel, was ein... Was ein Recoil-Headshot, was? Schön. Wie Jockel geaimt. Hey, Mayo, durch die Wand, Heddy! Der muss kommen, der muss kommen. Lass! Nice! Schön! Gut, Grain. Hängt nicht am Arsch, ey. Na ja, die drei Sterne kommen nicht von ungefähr. GG! Wieso wird uns nicht angezeigt wie die anderen, Grainz? Oder haben die alle? Ach so. Ja, guck dir die alle mal an, ey. Hätte ich jetzt bei jedem Rank gesagt. Okay, so... ngel. Vielen Dank.